Das Fotoarchiv der Kunsthalle Basel ist genauso ungewöhnlich wie die Institution, deren Ausstellungen es dokumentiert. 1872, die Kunsthalle wird gebaut. 1928, Paul Gauguin. 1937, Konstruktivisten. 1944, Konkrete Kunst. 1948, Auguste Rodin. 1949, Impressionisten. 1953, Goya. Exposed Exhibitions. Fotoarchiv der Kunsthalle Basel. 1958, Jackson Pollock. Exposed Exhibitions. 1966, Alberto Giacometti. 1967, Paul Klee. 1972, Jean Stengeli. Dan Flavin, Robert Ryman. 1981, Miriam Kahn. 1984, Barbara Kruger. 1985, 1986. Bruce Naumann. 1988, Richard Serra. Katharina Fritsch. 1991, Nanjun Pike. Cindy Sherman. Cindy Sherman. Tane Darboven. 1992, Mike Kelly. Rachel Whiteread. 1995, Ronny Horn. 1999, Maurizio Cattelan. 2005, Superflex. 2007, Paola Pivi. 2009, Goschka Matsuga. 2015, Shana Ivanova. 2017, Exposed Exhibitions. Fotoarchiv der Kunsthalle Basel. Metziesil Hummel, Esther Hunziker, Doris Lasch und Astrid Zeme. Raoul Müller und Werner von Mutzenbecher. Raoul Müller und Werner von Jubel, 1875, Berlin-anyak excited. hunted, Tue Brands Increícatch. K luego auf der Raoul Müller zu warten. Nota 하지. Wenn es, D